Moin moin und schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es nämlich etwas ganz Besonderes. Und zwar bin ich auf der Titelseite der Zeit. Okay, es ist die Zeit Hamburg und... Nein, das bin ich... Das... Da, da. Okay, ich gebe es zu, es ist nicht ganz so die Titelseite, wie man sich das vorstellt. Nichtsdestotrotz ist am Ende ein sehr, sehr interessanter Artikel dabei rausgekommen. Das alles begann mit einem Anruf von Luisa Homrich, die für die Zeit arbeitet. Die Idee war nämlich zum Einjährigen des Prostituierten-Schutzgesetzes einfach etwas zu machen, wo beide Seiten mal gehört werden. Auf der einen Seite Herr Weinberg, der daran mitgearbeitet hat, dieses Gesetz auf den Weg zu bringen. Und auf der anderen Seite ich als Sexworkerin, die davon betroffen ist. Unsere Argumente sollten einfach gegenüberstehen und es sollte ein paar Informationen, so zwei, drei Zeilen zur Person geben. Und nochmal so einen kleinen Schaukasten, wo die wichtigsten Fakten zum Gesetz einfach drinstehen. Luisa hat da einfach eine ganz super nette Art und Weise. Wir haben das inhaltlich nochmal so ein bisschen abgeklopft. Und sie hat mich auch gefragt, was ich bei dem Thema wirklich wichtig finde. Das alles hat mir eigentlich echt ein gutes Gefühl gegeben. Und ich hätte da wirklich Lust drauf und fand das sehr, sehr sinnvoll. Dann musste noch ein Termin gefunden werden und eine Location und Fotograf und so organisatorisches Kram. Und in der Zwischenzeit habe ich mich aber so darum gekümmert, mal zu schauen, wer ist eigentlich mein Gegenüber? Und dann habe ich mir ja den Lebenslauf von Herrn Weinberg gezogen und auch verschiedene Interviews und Reden. Und einfach mal so versucht herauszufinden, was für eine Argumentation verfolgt der eigentlich? Ja, und dann habe ich mir natürlich so ein bisschen Gedanken gemacht. Was möchte ich eigentlich transportieren? Und was möchte ich vor allem, was beim Leser nach dem Lesen des Interviews im Kopf hängen bleibt? Dann kam auch der Tag des Interviews. Und ich war sehr froh, denn das Interview fand statt beim Fotografen, beim Anatol Kotte. Und das war ein unheimlich schöner Ort. Also ich mag eh Studios und die Atmosphäre, die dort herrscht. Und es war wirklich sehr hell und freundlich und warm. Ich habe mich da sehr, sehr geerdet gefühlt. Und ja, wir hatten da auch einen ganz normalen Tisch. Und Herr Weinberg und ich saßen uns gegenüber. Zu meiner Linken saßen dann die beiden Journalistinnen von der Zeit. Und ja, wir haben uns dann, ja, ein Streitgespräch geführt. Das heißt jetzt nicht, dass sie uns angeschrien haben oder die Fetzen flogen. Aber es war schon so ein bisschen aufgeladen teilweise. Dennoch immer professionell. Und auch die beiden Journalistinnen haben auch gut das Ganze, ja, im Grunde auch geleitet und moderiert. Gleich im Anschluss wurde von Anatol Kotte das Foto geschossen. Und ich muss sagen, das war unheimlich beeindruckend. Anatol Kotte ist bekannt für Porträts. Und auch dafür, sie recht schnell zu schießen. Und das war in dem Moment auch der Fall. Ich glaube, wir haben insgesamt vielleicht zehn Minuten dafür gebraucht. Das ging wirklich ruckzuck. Und ja, ich mag das unheimlich gerne, wenn Leute auch so präzise arbeiten. Und im Vorfeld halt ganz viel Vorbereitung laufen. Und es dann einfach so, ja, durchplutscht. Und man sich gar nicht so viele Gedanken machen muss. Ja, das Endergebnis spricht auch für sich. Ich finde das Foto klasse. Und ja, möchte nochmal ganz, ganz lieben Dank auch an Anatol Kotte und sein Team ausrichten. Ich habe mich wirklich sehr über das Foto gefreut. Im nächsten Gang waren dann die Journalistinnen ganz fleißig und haben aus dem, ich glaube, über 70 Minuten Gespräch, ja, so viel zusammengekürzt, dass es dann alles in den Artikel passte. Wir haben das, bevor es veröffentlicht wurde, auch nochmal zum Gegenlesen bekommen. Und da geht es dann nicht darum, irgendwie nochmal Sachen komplett neu zu formulieren oder wegzustreichen und den Sinn zu verändern. Sondern es geht eher darum, nochmal zu schauen, passt das inhaltlich alles, wenn es gekürzt wurde? Fallen manchmal Sachen weg und dann ist es ganz gut, nochmal zu schauen, ja, passt das inhaltlich alles? Kommt das wirklich noch rüber, was ich tatsächlich formuliert habe? Man guckt auch dann nochmal drauf. Gibt es vielleicht Formulierungen, die nicht ganz sauber und präzise sind? Gibt es Dinge, die beim Leser nicht so ganz richtig ankommen könnten oder falsch verstanden werden könnten? Und dann versucht man das einfach nochmal so rund zu schleifen, glatt zu schleifen. Besonders gut fand ich dann auch, dass wir jeweils nochmal die Änderungen des anderen auch sehen konnten. Also ich habe den Text nochmal zugeschickt bekommen mit den Änderungen, die Herr Wernberg eingebracht hat, beziehungsweise sein Büro. Und da war ich sehr, sehr happy drum. Ja, und alles in allem, ja, bleibt dann nur noch der Tag der Veröffentlichung, den abzuwarten und dann zum Kurs zu stiefeln. Und ja, ich gebe es zu, es ist unheimlich aufregend, unheimlich spannend. Und es ist auch so ein bisschen seltsam und spooky, sich dann so selbst in der Zeitung zu sehen. Alles in allem bin ich aber sehr, sehr zufrieden mit dem Artikel, mit dem Foto. Und ja, freue mich sehr darüber, auch wieder über die Gelegenheit, einfach dieses Thema auch mal wieder ins Bewusstsein und ins öffentliche Gespräch zu bringen. Ich danke allen Beteiligten auf jeden Fall für die Mitarbeit und auch den Einsatz. Und ja, vielen, vielen Dank. Wenn du Interesse hast, du kannst dir natürlich die Hamburg-Ausgabe der Zeit kaufen und dort bis zum nächsten Donnerstag noch das Interview lesen. Danach gibt es eine neue Ausgabe. Oder du schaust einfach mal online, ich verlinke das auch. Da kommst du auch zum Artikel, wenn du jetzt zum Beispiel in München wohnst oder so. Ich hoffe, es war interessant. Wenn du Interesse hast, noch mehr zum Thema Pressearbeit und wie das alles überhaupt funktioniert und überhaupt, dann lass mich das gerne wissen. Schreib Fragen gerne in die Kommentare und vielleicht gibt es dann auch noch mal einen weiteren Teil, wo ich noch mal ein bisschen mehr dazu erkläre. Alles in allem wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und wir sehen uns bald. Ciao!